Moin Leute, in diesem Video wollen wir euch erstmal einen Überblick über die Energiebereitstellungsprozesse geben. Am Anfang ist das Wichtigste zu erwähnen und warum häufig Missverständnisse auftreten, dass alle Energiebereitstellungsprozesse gleichzeitig ablaufen. Es gibt jedoch Phasen, in denen der ein oder andere Energiebereitstellungsprozess überwiegt. Dies wird bestimmt durch die Intensität. Die Intensität ist der Prozentsatz des maximal möglichen Kraftaufwands. Allgemein lässt sich sagen, dass bei geringer Intensität die Energiebereitstellung aerob abläuft und bei hoher Intensität anaerob. Dass die Intensität die Energiebereitstellung bestimmt, hängt damit zusammen, dass bei geringer Intensität genügend Sauerstoff vorhanden ist, aerob, und bei hoher Intensität zu wenig, anaerob. Das Endprodukt aller Energiebereitstellungsprozesse ist ATP. Die Energie für jede Bewegung wird nämlich nicht unmittelbar aus der Nahrung gewonnen, sondern zuerst in den Energiespeicher Adenin-Triphosphat, auch genannt ATP, umgewandelt. Dies passiert mithilfe der Energiebereitstellungsprozesse. Bei der Spaltung von ATP wird die Energie dann freigesetzt. Kommen wir nun zu den einzelnen Energiebereitstellungsprozessen. Bei hoher Intensität, z.B. bei einem Sprinter, überwiegt die anaerobe allaktazide Energiebereitstellung. Dauert die Belastung länger, bei gleichbleibend hoher Intensität, wie z.B. bei einem 400-Meter-Läufer, überwiegt die anaerobe laktazide Energiebereitstellung. Wie der Name schon sagt, entsteht dabei der Ermüdungsstoff Laktat. Bei geringer Intensität steht die aerobe allaktazide Energiebereitstellung im Vordergrund, auch aerobe Glykolyse genannt. Bei länger andauernder Belastung mit geringer Intensität, z.B. bei einem Ultramarathon, über 6 Stunden, überwiegt die aerobe Lypolyse. Bei dieser wird Fett verbrannt. Wir haben, wie eingangs bereits erwähnt, zwei weitere Videos erstellt, um die Prozesse nochmal genauer zu erklären. Diese findet ihr verlinkt unten in der Infobox. Kommen wir aber nun zur abschließenden Frage. Was bringt uns dieses Wissen? Einmal lässt sich das Training besser individualisieren, wenn man weiß, welche Prozesse im Wettkampf dominieren. Außerdem lässt sich das Training effizienter und sportartenspezifischer gestalten. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, hinterlasst sie uns gerne in den Kommentaren und liked und abonniert kräftig. Das war's auch schon wieder mit dem Video. samhördersteig. Dann guck mal und wenn ihr da